Auf dem Häuschen dreht sich wirklich alles nur noch im Fußball da und mittendrin im Gezümmel ist unser Bayern 3 Nationalmannschaftsreporter Thomas Katzenbeck. Katze, wie ist bei euch die Stimmung in Berlin? Wie fühlt sich das an in der Hauptstadt? Ja, Axel Rober, ich stehe hier genau vor der Kaiser Wilhelm Gedächtniskirche mitten in Berlin und es ist alles noch relativ ruhig, in Spanien zu rechts ein paar Jogger, die haben hier vorbeigeht. Ich freue mich, türkische Fans, wobei ich es nicht ganz einordnen kann, ob er jetzt Deutschland oder Türken sein ist, denn er hat zum einen mal die türkische Platte umhängen, aber dann auch so diese Karibikblumen, diese künstlichen bei den deutschen Nationaltaten, was ist denn da dahinter? Ja, das ist richtig, weil Ösi schmiert auch nicht dabei. Ich habe es jetzt auch angezogen, Ösi, aus Kulak. Minuten nach vier, der NR2 Verkehrsservice aktuell, diesmal für die A25 Hamburg-Richt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017